Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Worte sind Samen, die aufgehen, ob Gutes gesprochen wurde oder Böses. Die Worte werden aufgehen. Proklamiere immer wieder, dass das Unmögliche für dich möglich wird. Das Unmögliche für dich möglich, durch Gottes Hilfe. Sprich, leben, leben in deine todbringende Situation hinein. Da gibt es einen wunderbaren Bibelfers, nach dem könnte ich eigentlich schon aufhören, weil der erklärt eigentlich das Ganze. Sprüche 18, Vers 22 und 21. Was einmal ausgesprochen ist, fällt auf dich zurück, sei es nun gut oder schlecht. Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Das ist ein mächtiger Inhalt und wenn wir heute gerade in unseren Tagen leben, hat die Bedeutung, dass unsere Worte auch über Tod entscheiden oder Leben eine ganz neue Bedeutung bekommen. Worte sind Samen, die aufgehen, ob Gutes gesprochen wurde oder Böses, die Worte werden aufgehen. Aber nicht in dem Moment, wo du sie brauchst, sondern wo du sie meistens nicht brauchen kannst. Wir haben es bestimmt alle schon erlebt, dass wir irgendwas gesagt haben, so aus der Hetze raus oder aus dem Erschöpftsein raus und dass man Mitleid bekommt. Und ein paar Wochen später passiert genau das, was wir gesagt haben, denkt, oh nee, hätte ich doch das nur nicht ausgesprochen. Ja, die Erfüllung kommt kurz oder lang. Ich stelle mir eins so vor, wenn wir so unterwegs sind und das eine oder andere brauchen oder leben. Und das ist wie so, wir reden viel. Und dann, ich kenne bestimmt so einen Zählerkasten, wie es meistens im Treppenhaus hängt, mit vielen Sicherungen drin. Und da könntest du auch hergehen und sagen, ja, ich bin heute im Wohnzimmer und in der Küche, also die zwei Räume brauche ich. Ich brauche den Keller nicht, ich brauche die Garage nicht, ich brauche den Speicher nicht. Und ja, und auch Waschküche brauche ich auch nicht. Du machst alles runter und sagst, das sind doch alle Strumpfwässer und ja, aus. Ja, was wirst du erleben? Im Moment funktioniert alles. Du gehst zu Bett, alles funktioniert richtig gut. Was passiert? Du gehst in den Keller den nächsten Morgen, deine Gefriertruhe huppt und du hast eine große Lache um deine Gefriertruhe rum. Du gehst in die Garage, willst Auto rausholen, das Tor geht nicht auf. Oh, du gehst, ja, in den Speicher. Ja, nicht nur in den Speicher, sondern du schaltest deinen Fernseher ein und oh, ja, es kommt kein Programm. Also der Verstärker von deinem SAT-Empfänger oder was auch geht nicht. Das ist vielleicht jetzt nicht das passendste Beispiel, aber wir sind so, dass wir immer den Moment sehen und im Moment Dinge sprechen, wo wir aufpassen müssen, dass sie uns nicht irgendwann einholen und Tod bringen womöglich. Tod und Leben durch die Kraft ist durch die Kraft deiner Zunge. Du lebst mit der Frucht deiner Lippen. Das, was wir geredet haben, in dem leben wir heute. In dem leben wir heute. Es ist kein Zufall oder Glück gehabt oder ja, ist halt mal so. Unsere eigenen Worte kreieren, sie schaffen das, was wir aussprechen. Und ich finde, das ist eine ganz mächtige Sache, weil wir, wenn wir sprechen, können wir wirklich Dinge in Existenz sprechen, richtig gute Dinge. Nur wenn wir in Depressionen sind oder die Hoffnung verloren gegangen ist, sprechen wir oftmals ein richtiger Quatsch aus. Da denke ich, können wir uns einreihen. Noch ein Beispiel, wenn du niesen tust und es ist Frühling, ach, ich glaube, ich habe eine Allergie. Kennt ihr das? Ich sage nichts, dass es Allergie nicht gibt, nein. Aber man macht schnell eine Selbstdiagnose und spricht wirklich Dinge in Existenz. Du fängst an zu husten und sagst, oh, ich glaube, ich bekomme eine Erkältung. Ja, dann hol dir schon die entsprechenden Mittel, weil du sprichst was in Existenz. Ich sage nicht, dass jede Erkältung du in Existenz gesprochen hast. Ich sage nicht, dass jede Allergie du in Existenz gesprochen hast. Aber es gibt so viele Dinge, die sprechen wir in Existenz und dann ist ganz selbstverständlich, wir gehen zum Arzt, nehmen die Medikamente und manches wird dann chronisch und hättest du eigentlich nicht haben müssen. Ja, ihr kennt das Spaßige, ach, ich wäre vergesslich, ich glaube, ich habe Alzheimer. Kennst du einen Satz? Der ist höchst gefährlich. Oder ich glaube, ich habe Demenz. Du vergisst was und fängst mit dem an. Und ihr Lieben, ich sage nicht, dass jeder Alzheimerkranke oder Demenzkranke es in Existenz gesprochen hat, aber es gibt einige, die es haben. Du isst die Früchte deiner Lippen. So vieles blödes Gerede macht krank oder depressiv. Und ja, und wenn du sagst, ach, wenn das so weitergeht, werde ich arm. In der heutigen Zeit, wenn du die Medien hörst, ach, wenn die Preise so steigen, kann ich meine Wohnung nicht mehr halten. Solche Aussagen sind gefährlich. Gott ist ein Gott, der Wunder tut, auch wenn es nicht, wie soll ich sagen, nicht da ist. Rein rechnerisch geht es vielleicht bei dir nicht auf, aber Gott kann für dich und tut für dich das Wunder, das du brauchst, dass du leben kannst. Und sei vorsichtig mit solchen Aussagen, die uns über die Medien wirklich besorgt, wo wir besorgt sind, weil es uns betrifft, weil man das ein oder andere vielleicht nicht mehr sich leisten kann, wo man meint, Gott hat eine Lösung. Wenn es keine Medikamente mehr gibt, kommen die, ja, manche Medikamente gehen aus aus verschiedenen Gründen, wie wir wissen. Ach, wenn es das Medikament nicht mehr gibt, dann sterbe ich. Ja, das ist eine Aussage, wo du aufpassen musst, dass sie sich nicht erfüllt. Gott hat eine bestimmte Lösung. Und das dürfen wir, wir dürfen Gottes Wort in Existenz sprechen, stimmt's? In 2. Korinther 10, Vers 4 steht, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Das passt heute, sowas wie aktuell in unsere Zeit. Die Waffen Gottes, das sind keine Panzer, sondern die geistlichen Waffen. Die Waffen Gottes, das ist auch dein Mund, den du einsetzen kannst. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Unterstellst du dein Denken unter die Herrschaft von Jesus? Oder du sagst, ach, das sind zwei Paar Stiefel, das ist die Welt und das ist Gott. Nein. Entmachte deine negativen Worte und sprich Leben über deine Situation aus. Sage, ich spreche Heilung über mich aus. Ich spreche Gesundheit über mein Leben aus. Ich spreche Erfolg über mein Leben aus. Ich spreche alles, was in der Bibel ist. Ich spreche Gunst über mein Leben aus. Und ja, deine Heilung nennst du auch beim Namen. Du weißt die vielen Fremdworder für deine Krankheit. Dein Kopfkino geht und vergiftet deine Seele, deine Gedanken. Wenn es Kopfkino geht, es vergiftet deine Gedanken. Und ganz besonders nachts, wenn man wach liegt, da geht das Kopfkino und vergiftet die Gedanken. Und wenn das und so weiter und wenn das und jenes, ach du liebe Zeit, an das habe ich gar nicht gedacht. Ach, das ist ja das Chaos. Du wachst morgens schweißgebadet auf und denkst, jetzt ist alles vorbei. Gottes Wille ist nicht, dass du krank bist. Ein sehr wichtiger Bibelspruch, den habe ich mir in mein Notizbuch ganz oben reinkopiert. Den finden wir in Sprüche 4, Vers 23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Das steht in der Bibel. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Wow, das ist ein Rezept. Achte über deine Gedanken, denn sie entscheiden für dein Leben. Sprüche 4, Vers 23. Gottes Wille ist nicht, dass du krank bist. Ich habe es euch gesagt, durch seine Striemen, heißt es im Wort Gottes, sind wir geheilt. Das heißt, das Potenzial der Heilung ist im Königreich Gottes bereits da. Wir dürfen die Dinge tun, die unsere Aufgabe sind. Ich habe euch gesagt, die Erwartungshaltung, den Schritt zu machen zur Heilung, indem ich sage, ja, Herr, ich erfülle das oder jenes. Wenn Jesus, wie er zu dem Kranken gesagt hat, nimm deine Matte und geh. Einer, der sich nicht bewegen kann. Wenn du spürst, du musst eine Handlung tun, dass die Heilung sichtbar wird. Weil wir sind immer bequem und meinen, es kommt alles so rein wie ein E-Mail in dein Postfach, wo du sagst, ach, ich mache mal die E-Mails auf und da liegt alles. Nein, das Reich Gottes, das ist praktisches Leben. Praktisches Leben. Proklamiere immer wieder, dass das Unmögliche für dich möglich wird. Das Unmögliche für dich möglich wird. Und dein Unmöglich, dass das für dich möglich wird durch Gottes Hilfe. Du kennst selbst dein Unmöglich. Feiere jetzt schon für dich deine Heilung, bevor du sie siehst. Ich bin gerne so unterwegs, dass wenn irgendwie was ist, wo schwierig ist oder irgendwie was klemmt, dass ich mir schon gerne ausmale, wie ist es, wenn es besiegt ist, wenn es rum ist, wenn es gut ist. Und bevor es möglich ist, bevor du es siehst, lass sprich wirklich das Unmögliche in Existenz und sagst, ich werde, also in meinem Fall, ich werde einmal Auto fahren. Oder wenn du nicht mehr gehen kannst, ich werde wieder gehen, ich traue es meinem Gott zu. Aber dann bleib auch nicht sitzen, reglos sitzen, sondern versuche immer wieder und sag, ja, Herr, ja, Herr. Und versuche es und mach das eine nicht. Wir sollen glauben, dass Gott uns geheilt hat, damals am Kreuz von Golgatha, aber geh nicht durch diese Welt und sag, ich bin geheilt und du bist noch im Rollstuhl drin. Das ist für dich die Geschichte, weil sonst die Welt versteht dich dann immer, wenn du sagst, der ist ja blem blem oder die. Da sitzt du im Rollstuhl und sag, ich bin geheilt. Nimm diese Heilung, die bereits geschehen ist, aber lebe, lebe und versuche immer wieder. Ich habe was Wunderbares erlebt da bei einer Veranstaltung, das ist schon viele, viele Jahre her und da war auch mein Vater mit dabei, aber als Besucher. Und da hat der Pastor gesagt, jetzt stehen wir alle auf und davor steht jemand auf im Rollstuhl. Und als derjenige stand, hat er erst begriffen, dass er eigentlich nicht stehen konnte, dass er eigentlich im Rollstuhl war. Und das meine ich, ihr Lieben, dass wir ausprobieren, ausprobieren und nicht warten, bis die Heilungs-E-Mail in deinem Postfach ist, wo du sagst, ach ja, mal probieren, ob es wirklich so ist. Nein, ausprobieren, feiere jetzt schon deine Heilung. Ja, mein Vater hat als gerne gesagt, diejenigen, die ihn kennen, wissen das, wenn du wirklich proklamierst, dass du jetzt sterben wirst, dann bestelle auch gleich deinen Zeig. Mein Vater war da so richtig radikal und das klingt vielleicht auch ein Stück makaber, aber im Prinzip unterstützt das auch. Das, was du redest, wirst du empfangen. Spreche kreativ deine Heilung, deine Zukunft auf der Basis der Bibel in Existenz. Nicht Spinnereien, das gibt es auch, so christliche Spinner. Nein, auf der Basis der Bibel spreche deine Vergangenheit in Existenz. Und ich sage dir, erkläre der unsichtbaren Welt, was du sehen möchtest. Ich möchte meine Heilung sehen. Ich möchte sehen, dass sich meine Kinder vertragen. Ich möchte sehen, dass meine Frau schwanger wird und all die Dinge, die in deiner Notliste sind, sprich sie aus. Die Menschen, die dem Teufel dienen, die sprechen ihre Sache auch aus, das Negative. Und wir wissen, die erleben es total. Warum sprechen wir nicht im Glauben an Gott die Wahrheiten aus und erleben sie die positiven Dinge? Sehen, ja, sehe deine Heilung mit deinen geistlichen Augen und dann erkläre es, proklamiere es. Und wenn ich so Social-Media-Post lese, ja, die beten schon 20 Jahre für mich und nichts passiert, da tue ich auch einen Fragezeichen stellen, wo ich sage, ja, also müssen nur wir, sondern derjenige, den es betrifft, hat auch eine Verantwortung, es zu proklamieren, seine Heilung zu proklamieren. Und da fällt mir eine Begebenheit ein, wie eine Frau einen Sonntag mal hierher kam und all ihre, ja, all ihre Schutt abgeladen hat und bitte beten sie für mich. Und das tun wir natürlich gerne. Und den nächsten Sonntag kam sie bitterböse wieder. Warum haben sie nicht für mich gefastet? Warum haben sie nicht die ganze Woche für mich gebetet? Es hat sich nichts getan. Ja. Die eine Sache ist, es bist du mit deinem Gott. Wir tun Fürbitten, mitbeten, was wir gerne tun. Es geschehen wunderbare Dinge, aber wir sind es nicht. Es ist deine Einstellung, es ist deine, was redest du, was proklamierst du, was glaubst du, hast du Hoffnung oder hast du keine Hoffnung? Wenn du auf, ja, wenn du zum Beispiel auf Untersuchungsergebnisse wartest, sprich nicht das Schlimmste in Existenz. Ich hatte mal die Situation, dass ich bei uns hier über der Straße, ist ein ganzes großes, ja, MRT-Röntgen-CT-Zentrum, wo sie von weit her kommen. Und ich hatte mal öfters Kopfhörer, da hat der Arzt gesagt, lass mal deinen Kopf ein MRT davon machen. Ich saß dort im Wartezimmer und wisst ihr, das war, wie soll ich sagen, ich habe viel gelernt. Der eine kam und hat geweint, die nächste kam und hat sich gefreut und dann hat wieder eine geweint. Das waren immer die Ergebnisse, die die Leute dort hatten von ihrer Untersuchung. Das ist, und du sitzt da drin, siehst es und dann sagst du, ich glaube, ich habe einen Tumor im Hirn oder was auch immer, was da gerade untersucht ist. Pass auf, tu in solchen Stellen wirklich proklamieren und sage, Herr, ich danke dir dafür, dass du stärker bist, denn alles, was in meinem Kopf übler sein kann. Und proklamiere das für dich, mach wirklich einen Unterschied. Und ich sage euch auch, ich möchte noch ein paar Sätze loswerden über Energierauber, Energieverbraucher. Ihr kennt das alle, ihr kennt das alle, eure Handys. Eure Handys, die sind als leer, wenn man sie gerade braucht. Kennt ihr das? Und du sagst, ich habe es doch erst aufgeladen und schon wieder leer. Und wie viel Energie verbrauchen wir in unserem Leben mit Dingen, die wir nicht lösen können. Und ich möchte es anhand vom Handy auch erklären. Ja, wie ist das? Wir sind alle so Freunde geworden von Smartphone. Und da gibt es eine Bibel-App, da gibt es die Nachrichten, dann gibt es das Wetter, dann gibt es das Rezept und so weiter. Und wenn ich das Handy meiner Frau nehme, das sind als 15, 20 Apps offen, einfach offen, weil sie da mal da reingeschaut hat, mal dort reingeschaut hat. Jedes App verbraucht Energie, obwohl du sie nicht benutzt. Du musst nur 20 Apps aufmachen, wäre der Akku alleine leer, ohne dass du das Telefon benutzt. Und so gehen wir manchmal auch durch unser Leben. Du kannst sie mit einer Geste schließen. Ihr wisst das, ich weiß nicht, ob es auf jedem Smartphone so funktioniert, aber auf meinem, man wischt immer das nach oben und dann ist die App aus. Und ich komme zurück auf dein Leben. Du hast so viele Apps offen. Du hast die Sorgen-App offen. Du hast die Krankheits-App offen. Du hast die Chaos-App offen. Du hast die Nachrichten-App offen. Du hast die Kindersorgen-App offen. Du hast die Kontestand-App offen und so weiter in deinem Leben. Du hast die offen und das wirkt alles in dir. Und du sagst, ich mache eigentlich gar nichts, aber ich bin immer kaputt. Ich bin sowas von kaputt. Ich mache gar nichts. Ich sage dir, nimm dir Zeit morgens und mach deine Apps zu. Du sagst, Herr, ich bring dir meine Sorgen, ich bring dir mein Chaos, ich bring dir die blöden Nachrichten, ich bring dir meinen Kontostand und so weiter. Und mach diese App zu und du wirst sehen, dass du viel mehr, mit viel mehr Energie durchs Leben gehst. Und ich sage dir, sprich das Unsichtbare, das Gott für dich bereithält und bereitgelegt hat, mit deinem Mund in Existenz. Sei glücklich über das, was du noch nicht siehst und öffne die Tür und geh hindurch. Öffne die Tür und geh hindurch. Der Vater schaut nach denen, die ihre Hilfe vom Königreich Gottes holen. Woher holst du deine Hilfe? Viele lesen die Bibel wie eine Zeitung, wie Information. Manche lesen ja die Bibel gar nicht, aber viele lesen die wie Information. Haben sich die Vorschrift gemacht, ich lese pro Tag ein Kapitel oder was auch immer oder einen Leseplan durch und so weiter. als Information, das ist schon mal gut. Aber die Bibel soll dich nicht nur informieren, sondern lies die Bibel als Einladung für dein Leben mit Jesus. Und ihr Lieben, es ist ein Unterschied, wenn ich ein Beispiel bringe mit unserer Israelreise, es ist ein Unterschied, ob du nur das Prospekt liest oder ob du mit dabei bist. Und viele lesen die Bibel nur als Prospekt. Oh, schön Herr, ach, hast du da ein Wunder getan. Ach, schön Herr, ach, das möchte ich auch erleben. Ach, schön Herr. Und der Herr hat sein Wort gegeben, damit wir mit ihm leben. Damit wir es erfahren. So wie wenn du nach Israel gehst, das ist was ganz anderes, wie ein Prospekt zu sehen oder einen Film anzuschauen darüber. Und ich sage dir, lebe mit dem Wort Gottes. Siehst du in deiner Situation schon die Veränderung in deinen geistigen Augen, mit deinen geistigen Augen? Da gibt es eine Einladung zu hören von Gott, aber wir sind manchmal zu faul zu hören von Gott. Ach, das macht der Pastor, das macht der Prophet, das höre ich von dem YouTube-Video oder ich rufe mal den an. Hast du ein Wort für mich oder was sagt Gott für mich durch dich? Ich sage dir, du kannst selber hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Es heißt nicht manche meiner Schafe. Ja, bist du ein murrender Konsumierer oder ein proklamierender Überwinder? Und du sagst, und dennoch, und dennoch, wenn es auch nicht so aussieht, und dennoch. Was kannst du mit deinem Schrottreden tun? Hier am Ende möchte ich es dir erklären. Entmachte deine negativen Worte. Bete ein Gebet und sage, ich entmachte meine Worte, die mich schwächern. Ich entmachte meine Worte, wo ich über Krankheit gesprochen habe. Ich entmachte meine Worte, wo ich Menschen verurteilt habe. Ich entmachte meine Worte, wo ich das und jenes. Das kannst du tun. Und der Teufel sagte immer, das ist so kompliziert und Gott hört es sowieso nicht. Dort hört es, das Evangelium ist nicht kompliziert. Es ist praktisch anzuwenden und es funktioniert. Glaubst du das? Es funktioniert. Du bist nicht das Opfer oder ein Opfer, sondern du bist der Gestalter deines Lebens. Sei ein Gestalter deines Lebens. Amen. Unser Geschenk an Sie. Alle Sendungen dieses Monats auf einer DVD. Inklusive der Sendung von heute. Melden Sie sich telefonisch oder online und wir schicken Ihnen die DVD Ende des Monats kostenlos zu. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017